Hey, weißt du, was das ist? Das ist dieses Cut von Harry und Sally. Harry und Sally? Ja klar. Ah, der Film? Ja, wo die den Orgasmus vorgespielt hat, weil die gesagt hat, wir Frauen verarschen euch doch sowieso immer. Und dann wolltest du es ihm beweisen und dann hat sie ihm das vorgespielt. Das fette Sandwich? Ja. Wollen wir das gleich probieren? Das ist das Kami-Bude. Guck mal. Ist das das mit McRhyne? Ja. Geil. Komm, geh mal da rein oder probier mal, da ist so viel los, ob wir auf den Platz kriegen. Cut-Dedikatessen. Eine Institution in New York, gegründet von jüdischen Einwanderern aus Europa. Seit 135 Jahren werden hier Pastrami-Sandwiches verkauft. Thank you. Guck dir das mal an. Boah. Alto Billion. Boah, ist das geil. Das ist wirklich geil. Also das ist wirklich der Hammer. Boah, schau dir mal diese Sandwich an. Bist du deppert? Ist nichts für einen kleinen Hunger.